hallo nes freunde und nes freunden ich zocke alle nes games dieser welt und heute ist dran ninja giden 2 das dunkle schwert des chaos was für ein titel ja bei ninja giden 2 haben sie meines wissens nach die engine verbessert seit dem ersten teil also wir dürfen sie auf bessere grafik gefasst machen wir sehen es auch hier schon der video sequenz noch ein spur cooler als liebheit 1 und bei teil 1 war schon ziemlich cool wer die nicht gesehen hat kann es ja gleich mal nachholen abon nachholen abonnieren nicht vergessen wenn ihr kein nes geben versäumen wollt daumen hoch ist natürlich auch nicht verkehrt doch bevor wir loslegen habe ich noch was vorbereitet für euch nämlich den trailer den japanischen ja 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 Ja, cool. Ninja Gaiden 2. Fett, 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 fett. Auch der japanische Drille ist eigentlich ziemlich cool. Gut, schauen wir uns das mal an. Ich versuche mal wieder mit einer Challenge, 10 Minuten, mal schauen, wie weit ich in 10 Minuten komme. Mein Timer läuft ab jetzt. Ihr könnt es ja auch gerne mal versuchen. Ja, richtiges Video an wird es natürlich keiner. Dafür habe ich das Spiel nicht oft genug gezockt, aber habt ihr wenigstens eine Chance mich zu schlagen. Wie weit kommt ihr in 10 Minuten Ninja Gaiden? Ich habe gehört, der zweite Teil ist ein bisschen leichter als der erste. Mal schauen, ob das stimmt. Also, man kann hier nur solche Punkte einsammeln. Das ist ähnlich wie beim ersten Teil. Die Gegner sind hier noch ziemlich stumpf, also einsammeln, einsammeln, was das Zeug hält. Okay, die Gegner sind wirklich saudämlich. Okay, man kann jetzt auch oben und unten gehen. Das konnte man im ersten Teil auch noch nicht. Soll ich das jetzt da mitnehmen? Ah, ich nehme das noch mit. Wer weiß, vielleicht ist das was Cooles. Ja, ist das was Cooles. Ich habe nämlich einen Schatten aktiviert und bin jetzt doppelt, doppelt so gut. Ach ja, übrigens, ich spiele mit Safe Games. Also, wenn ich sterbe, wundere ich euch nicht. Ich kann jederzeit abspeichern und wieder laden. Diesen kleinen Luxus gönne ich mir. Ja, das hatte man damals natürlich nicht, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Aber immer schön, immer schön weiter. Und ich habe gemerkt, beim Anspielen ist eine ganz gute Strategie immer... Ah, war ich nicht hoch genug. Ist eine ganz gute Strategie, schnell voranzuschreiten. Okay, jetzt habe ich schon zwei Ninios zu Hilfe. Was soll ich mich noch aufhalten, Leute? Angst! Komm! Da muss ich runterklettern. Diese Boden kämpft die Nerven ein bisschen, muss ich sagen. Runterklettern, runterklettern. Und da kommen gleich wieder wahrscheinlich Horden von Gegnern. Naja, fast. Zuerst dachte ich, die haben einen Flammenwerfer in der Hand, die Gegner. Aber natürlich ist das kein Flammenwerfer, sondern ein Schwert. Und das sind wir auch schon beim ersten Endgegner. Jawohl. Okay, wir hauen den zweimal. Und dann lassen wir das von unseren Freunden erledigen. Flüchten, flüchten, flüchten. Und zweimal zuhören. Immer öfters flüchten hier. Gleich weg wieder. Den mache ich platt. Der kann nix. Jetzt hat er mich doch einmal getroffen. Und tschüss. Ja, es ist schon ein bisschen leichter, der erste Teil. Kann man schon mal sagen. Ja, die Videosequenzen sind natürlich auch cool. Und überraschend, überraschend. Es geht darum, ein Mädchen zu retten. Die Story-Schreiber. Boah, die lassen einfach die guten Storys so raus. Die lassen sich da was einfallen. Was die sich alles einfallen lassen. Hm, Mädchen retten. Okay. Ja, ich weiß, früher war das noch nicht ganz ab... Nein, was rede ich jetzt mal früher auch schon abgedroschen. Warum nicht schön reden, das war früher auch schon abgedroschen. Mädchen retten kommt halt immer gut. Kinder retten wir auch mal was. Habe ich irgendeinen Fehler gemacht. Ja, also die vielen Maxl, die verlieren schon ein bisschen, muss ich sagen. Dass man da so oft so oft da ist. Eisblatt machen hier. Ja, dieses Level erinnert mich ja stark an Shinobi. Fragt mich jetzt nicht, welcher Teil. Da gibt es irgendein Teil, wo man auf Autos rumreinnt. Come on. Das erinnert mich dann doch stark dran. Ich glaube, man rennt auf Autos und LKWs auch in einen Teil. Ich glaube, das war Shinobi. Zwerben, GMG, aber legt mich jetzt nicht drauf fest. Ah, das Zeug einsammeln. Die Steuung ist gut, aber manchmal hackt es ein bisschen. Vor allem, wenn man diese Punkte einsammeln will, dann muss man... Ah, dumme, blöde Fledermaus. Warum sind überhaupt Fledermäuser und warum, weil mich die killen. Wieso, weil mich diese blöden Fledermäuser killen. Geh weg, du. Drecks Fledermaus. Weg mit Arx. Weg, 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 weg. Und das Schriftwüstband, der misst natürlich instant wieder. Arx. Das hat mich jetzt echt... Das hat mich eigentlich mehr Nerven als Leben gekostet. Zap. Ah, die mag ich auch nicht. Ah, die Response Nerven. Die Response Nerven hart. Ich musste einfach weiter schreiten. Das hilft nichts. Okay, weiter geht's. Nächstes Level und hier ist Wind. Das ist kein Schnee, nein, das ist Wind. Vielleicht ist es auch Schnee, aber es ist auf jeden Fall auf Wind. Und mit dem Wind, der beeinflusst einen, wie weit man hüpfen kann. Axt. Dreck. Ah, ja, ja, ja. Okay, noch mal machen. Hop, 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 hop. Blöder Wind. Lass nach. Okay, da sammeln wir was ein. Ach, ich wollte ihn ganz schnell machen. Nein, man kann ihn nicht so. Man kann ihn gar nicht so schnell machen. Leider. Ich würde das gerne noch einsammeln hier. Gut, geht nicht. Und ich bin runtergefallen. Dreck. Freunde hier zur Hilfe. Das ist ein Sammeln hier, ihr seht, dass das, wie kann ich, wie kann ich das richtig timen? Na, so nicht jedenfalls. Na, es geht nicht. Okay, nochmal. Der Wind, der macht die Steuerung noch mal fummeliger. Ja, ich habe Fummeln gesagt. Fummeliger nämlich. Ha, vielleicht muss ich dann nach oben schießen. Vielleicht geht es da besser. Komm, springt. Warum springt? Er springt einfach. Er springt einfach nicht. Wieso springt er da nicht? Er springt nicht. Wieso? Hackt total die dumme Steuerung hier. Okay, das war mein Fehler. Ja, bis dahin war es nicht so leicht. Und jetzt bin ich hier voll am Versagen. Richtig hart am Versagen. Wollte ich eigentlich noch Endpass Nummer 2 zeigen? Es wird knapp. Okay, egal. Ich probiere es nochmal. Ohne Ninja-Freunde. So geht es nicht. So geht es auch nicht. Ja, witzig. Also bis zu dem Punkt, was echt easy das Game und... Ja, zieht der Schwierigkeitsgrad doch noch ordentlich an. Na, ich habe nicht abgespeichert. Hey, hey. So. Wieso? Wieso? Haut er nicht? Er bewegt sich einfach nicht. Er bewegt sich einfach nicht. So. Weißt du nicht, was das ist? Mit dem Winter komme ich überhaupt nicht zurecht. So. Komm, hüpf. Hüpf doch, du. Affe. Der schießt mich da ab. Ah, deswegen. Wenn mich der abschießt, dann. Okay. Deswegen kann ich mich hier nicht gescheit bewegen. Der schießt mich ab. Ah, jetzt habe ich die... Okay. Endlich mal fein gelöst. Endlich mal fein gelöst. Das freut mich. Okay. Weiter, 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 weiter. Die Zeit ist, glaube ich, gleich rum. Ich muss schneller sein. Ah, verdammt. Ich möchte das Leben noch schaffen. Ja, ich muss mal der Zeit lassen. Ich muss auf den blöden Wind abwarten. Es hilft nichts. Es hilft nichts. Man muss diesen Wind abwarten. Und jetzt darauf. Rüber. Uh, 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 uh. Und wieder den Wind abwarten. Komm an, Wind. Mach den Ding. Und jetzt wechseln noch mal. Ah, jawohl. Geht doch. Nein, das fehlt mir nicht. Die Steuerung ist da echt schlecht. Komm an. Wind. Nein, das ist so. Eieieiiei. Eieiei. Eier, eieieiei. Eier, eieiei. Im Ende. Gut, das war's. Das war's. Mit Ninja Guiden 2. die zeit ist abgelaufen wo er ist ein super spiel grafik passt sound passt und die steuerung mit diesem wind die bringt mich ein bisschen zu verzweifeln ein bisschen aber auch nur schreibt in die kommentare wie weit ihr gekommen seid wird mich interessieren ansonsten danke fürs zuschauen und ich verlinke ich noch was zum weiterschauen